Na warte, warte einfach ab. Viel Spaß. Oh, danke mein Freund. Kein Ding. Ich hab hier ein bisschen Geld. Das ist sehr groß für Geld. 20.000. Ja jetzt hast du 20.000. Ich bin... Nein, nee, warte nicht. Call Notarzt. Ja? Kann ich dich mal auf einen Kaffee einladen? Klaus, sie hat... Aber ich glaube, wir waren vorhin im Gespräch. Kann das sein? Ich kann sie doch trotzdem freundlicherweise auf einen Kaffee einladen. Ja, aber ich weiß nicht, was er das bringen würde. Na ja, sie bezahlen den Kaffee. So, ich gucke jetzt mal erstmal nach ihm auf. Heißt, ich würde sie auf einen Kaffee einladen? Ja, richtig. Und ich tue so, als hätte ich sie eingeladen. Dann habe ich Geld gespart. Und trotz der Kaffee getrunken mit ihnen. Ich kann ihnen Kaffee ausgeben, ja. Und damit du jetzt aus deinen Fehlern ernst... Schicke ich doch Jacob mal einen Finger von ihm, oder? Sehr gute Idee. Gut, damit du dir merkst, wie du hier umgehst mit den Leuten. Und dass du nicht einfach... John, anfangen darfst. Werd ich dir jetzt einen Finger abschneiden. Darfst du sogar aussuchen, welchen du nicht mehr haben willst. Den kleinen. Den kleinen. So wie dein Schwanz, Alter. Okay. Und... Ab ist er. Boah, kranke Schmerzen. Boah, Alter, so schreie ich, wenn ich mich im Schlaf umdrehe, Alter. Aber gut. Nennt man sie irgendwie, oder? Ne, ne. 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 Du bist mein Freund. Ha, ha, ha. T Ett Ett! Ich hab... Ich habe... Ich hab... Habe... Habe ich... Habe ich... Mein Auftrag erfüllt. Habe ich gerade mit Auto... Neue Tunikteile besorgt, na? Und... 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 Habe ich die... Leichen entsorgt von den Leuten, die nicht bezahlt haben. Ja... Ja, okay. naja du brauchst doch zu mir kommst und auf dicke Eier machst du mir kommst du sag wo hast dein Führerchen her gewonnen oder wenn ich dann sowas mache brauchst du nicht anfangen rum zu heulen ich räume ja nicht rum ich finde es ja witzig hast du dich lachen ja du hast du dich lachen ja du hast dich ich hörte ich hörte dich richtig lauter naja bestimmt schon was von Sachen dann nennen wir das mal ein kleines Grinsen ja ok ich will mal sagen und zwar ich hab mit jedem Menschen hier ein Ritual jetzt gemacht ne jedes Mal wenn ihr den Namen eisengrohen müsst ihr sagen eiseng das hab ich mit dem Borlas gemacht das hab ich mit jedem mit dem Mediziner gemacht ich will das als Ritual bei mir gerne haben das witzig isaac das arschloch nicht isaac das arschloch ja papa einfach nur isaac ah ah alles klar herr isaacke beim Fenty ist es ein wunderschöne isaacke isaacke ne ne isaacke isaac masaka ok pass auf also das hat wie gesagt wirklich bei den Borlas gemacht wir haben das wirklich den ganzen Tag durchgezogen ich möchte das gerne hier auch weiter durchziehen also immer wenn wir sagen isaac einfach isaac sagen isaacke nicht die nee isaacke nicht die los nix nicht die dosen waren leer nix steckt immer noch in cooler automaten beim pd fest okay falls es doch noch schwecken bleibe ich gebe sie sogar von sondern hast du sogar fünf versuche ok super aber die tat mir zurück ja also die tat mir zurück ja ja natürlich mit aktien und zinsen danke und dann danke noch mal danke dir schon was steckt im kohleautomat beim pd fest weil ich hab die ich hab die damals da da rein gesteckt weil ich die duplizieren wollte ich habe erfahren dass das ding dass klaus eine erste schlampe sich besorgt hat und china und die schlug mehr als das auto von ihm weißt du also interessant ja so geht mir vielleicht noch vorstellen mit der fortfahren und ich glaube auf der fp schlumpf also und ich glaube wir wollen warum warte ich gibt dir die nummer von jörg geben ihn jetzt ich glaube ich glaube ich lege meine hand ins feuer wenn er dir jetzt meine nummer gibt da klaus johann wie geht es dir klaus ist bei mir ja dann bringen wir mal hops hin weil türsteher braucht am midi point nicht machen äh wir sind nicht am midi point wir sind gerade bei der ballhards dann attacke der türsteher soll die tür bewachen ja ich wollte die drei drei sieben sechs sie den strich richtig 0 0 5 3 ok hab ich einmal anrufen und sie kommt sofort ok mach ich am besten jetzt ich rufe meinen eskortschlampe an ist das die medizinerin klaus nein ist es nicht wer ist das da das ist die eskortschlampe das bento ich habe eben noch kurz eine von den ballers die nummer von von einer eskortschlampe gegeben und warte mal wer die eskortschlampe ist nicht nicht bento das ist ganz schön witzig wie der eskortschlampe stell dir vor der hätte gesagt hallo ich will dich buchen ich hab doch arbeit und ich hab auch arbeit ich bin hier türsteher und ich bin ein mitarbeiter hier in der autos ist jung ok und wer sind sie ein artistikas welchen kampf haben wir eigentlich noch mal äh was 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 klaus isaaka warum ist das ja schon drin auf uns ich ich weiß es nicht waren wir so besser Menschen vielleicht in der Vergangenheit ich weiß es nicht aus 100.02 wenn wir es nicht übernehmen ich hab dich jemand geliebt ich dich auch isaaka ich dich auch oder für mich ich will nicht im Rollstuhl sitzen oder für mich ich will nicht im Rollstuhl sitzen aus ja isaaka ich glaub ich hab ne gute Nachricht sag mein Freund ich spiel mal rechtes Bein wieder das ist schön und meinen rechten Arm isaaka ja ich hab dich nicht ich hab dich nicht Klaus 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 ist bewusstlos Klaus warte ja Klaus warte kannst du sie machen so gleich daheim so und ihr sollt jetzt gleich nicht wieder bewusstlos sein so zack 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 Klaus 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 ist gut ich weiß dass er gut ist ich weiß seine Art nur ich weiß dass seine Art ein bisschen anders ist so Klaus bei Kempfer eins zwei drei zack Herr Officer 2 ja ha ha haben sie Zeit ich hab im Moment Zeit super 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 dann gehen wir rein und machen Party geil nee so viel Zeit hab ja auch nicht ich dank sie haben genug Zeit Party 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 hier geht die Party ab scheiße das tun legen sie einfach gleich den Schlüssel unter den Teppich wir kommen dann einfach rein wir kommen nachher wieder legen sie einfach Schlüssel unter den Teppich genau alter am Bett da wir dann wieder steigen ich auch nicht wie geht's euch auch ganz gut und wie war Urlaub auch ganz gut auch ganz gut auch ganz gut ging nicht die haben alles ab die haben alles gut Klausi 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 Ich sag dir, dein Auto ging gerade so ab, das hat mich aus der Weltraum-Apsphäre gekickt. Das hat dich aus die Welt-Apmosphäre gekickt? Ja, das war übelst krass. Ich habe kurze Zeit Blackout. Ah, war sie fertig. Zähne? Hä, wieso sind deine nicht echt? Was? Na, deine Zähne. Nein, hier. Äh, das Zähne, nee, ich brauch 10 Eistee. Ach so, ich wollte schon über Eier erzählen, John hat keine echten Zähne. Sag mal. Glaubst du jetzt wohl nicht? Ich glaube, sie ist wohl nicht schön. Ich war wohl nicht schön. Bei Sandwiches. H-Hallo? Ola, Klaus, was geht ab? Hallo, hier ist Klaus. Klaus. Sag mal mein Freund, ich muss dir was erzählen. Okay, hau raus, was geht jetzt? John hat mir gerade erzählt, er hat keine echten Zähne. Richtig, das musst du überall rum erzählen. Okay Bruder, ich erzähl das überall rum. Danke mein Freund. Kein Ding mein Freund. Ja, schönen Tag noch. Ja, dir auch. Wie war nochmal dein Name? Hayes. Ja Herr Hayes, erzähl das überall rum. Mach ich. John. Glaub nicht was die, glaub nicht was der Typ dir labert. Ola Klaus. Hallo Herr Hayes. Was geht ab? Ich wollte dich nur vorwarnen, der John wird sagen, glaub nicht was ich gesagt habe. Klaus, wenn du ne Degradierung möchtest, ne? Und glaub mir mein Freund, vergiss nicht, überall rum erzählen. Hab ich schon drei weitere Leute erzählt. Drei weitere Leute erzählt, okay. Ja. Und denen auch sagen, dass die das auch erzählen. Okay, warte kurz. Okay, das gibt, das gibt Degradierung. Ha? Ich hab doch gar nichts gemacht. Dann sag das auch nicht stimmt, sonst kriegst du ne Degradierung. Das glauben die doch echt nicht. Dann tun wir uns klarstellen. Die glauben das doch nicht. Das weißt du nicht, die glauben fast allen Scheiß. Also klarstellen jetzt. Äh. Das gibt ne Degradierung. Ich sag schon mal so, in der Viertelstunde muss ich weg, mein Vater stresst schon. Äh. Ja. 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 Ja.